Die Vereinigten Staaten können sich gar nicht vorstellen, was in einer Währungsunion was das heißt, aber ich habe dieser Tage meinem Freund Jack Lew angeboten, dass wir Puerto Rico in die Eurozone übernehmen könnten, wenn die USA Griechenland in die Dollarunion übernehmen würden. Er fand es einen Scherz. Sie dürfen ruhig klatschen.